Guten Morgen! Wir sind ganz vorbildlich, ganz früh losgefahren, um hier einen guten Platz zu kriegen. Es ist jetzt 7.50 Uhr und wir kommen erst um 10 Uhr hier rein, muttige G. Und jetzt sitzen wir hier direkt am Eingang, in der Hoffnung, dass es dann nachher ganz schnell geht, wenn es dann losgeht. Wir sind total motiviert jetzt. Aber wir haben wenigstens einen Sitzplatz direkt vor dem Eingang. Wir warten jetzt bis um 10 Uhr und es ist 10 Uhr vor 7 Uhr. 10 Uhr vor 8 Uhr ist es. 10 Uhr vor 8 Uhr. Wir sind endlich drin jetzt und sind gestartet. Unsere erste Mission besteht darin, jetzt CAT zu suchen. Die ist laut letzter Information im Außenbereich. Und da gehen wir jetzt hin. Aber ich muss jetzt erstmal fangrillen bei den Soldaten. So, Mission complete. Wir haben CAT gefunden. Also eher CAT hat uns gefunden. Was ist jetzt unsere nächste Mission? Keine Ahnung. Essensstand. 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 Seid ihr auch dafür? Ja. Essen. So, wir haben endlich eine Position gefunden, wo wir uns hinstellen und warten, der so alles vorbeikommt. Und uns haben der liebe Gerami und der liebe Achi gefunden. Und der Rest gammelt gerade so ein bisschen rum. Meine lieben Mods, Hubbel kümmert sich gerade um die Orientierung, wo es weiter geht dann nachher. Der Hubbel ist gestern. Übrigens hat uns der Gluti jetzt auch gefunden, ne? Das Gluti. Wir haben jetzt einen kurzen Stop am Bierstand gemacht. Die hat natürlich nichts getrunken, weil sie so ein tolles Vorbild ist. Ja, ich habe kein Bier getrunken, auch nicht geraucht. Und wir gehen jetzt zum Twitch-Stand und gucken, was da geht. So. Wir sind jetzt fast beim Ende angelangt. Es gab nicht so viel Content, weil ich einfach ne Muschi bin und die ganze Zeit irgendwo faul in der Ecke abhänge. Aber wir haben es doch Tatsache geschafft, eine kleine Gruppe zusammenzusammeln aus Menschen. Die Tatsache, wegen mir das ist. Cool. 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 Na, gull! Das ist ein bisschen? Wir haben die бокentebene� Raiseco pineapple. Die Tatsache, wegen der Betten von KND-Ns für airAmerican Cpern瓶 Untertitelung des ZDF, 2020